Gut, das hier, die Wache, die wir gerade alarmiert haben, hier, den 6711, oh, guck mal da, 301, da ist was falsch gelaufen, das muss ich mir gleich mal aufschreiben, das ist mein eigener RTW, also, naja, mein eigener RTW, aber das ist die Rettungswache, auf der ich ausgebildet werde, richtig cool, richtig cool, ich bräuchte einen Stift, ich habe gerade keinen Stift, das ist doof. Achso, ich kann hier schon mal trennen, während ich mir hier einen Stift suche, ach, guck mal da, hab einen, was Schubladen so alles hergeben, ähm, RTW, Parchim, Funk, das sollte mir reichen, damit ich das nachher mal korrigieren kann, gut, schön, dann machen wir die Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch, bei wie vielen Minuten sind wir jetzt eigentlich, ach, guck mal da, Feuerwehr- und Rettungsdienst Westmecklenburg, Mathes, psychosoziale Tagesstätte am Park, Frau Gottschalk hat, äh, starkes Nasenbluten, ja, Mathes, Patientin ist Gottschalk, das ist aber nicht die Frau von Thomas, oder? Ähm, was ist denn genau passiert? Notfall, ja, weiblich unstillbares Nasenbluten seit 20 Minuten. Entschuldigung, äh, so schlimm war es bisher noch nicht. Okay. Hm, ist sie ansprechbar? Das können wir schon mal so alarmieren, ich glaube, da kommt nicht mehr großartig was dazu. Vielleicht noch das Alter, aber sonst. Ja, ist sie. Ist die Atmung vorhanden, oder hat sie Atembeschwerden? Mit der Atmung hat sie keine Schwierigkeiten. Okay. Hat sie Schmerzen? Sie hat keine Schmerzen. Sind Vorerkrankungen bei ihr bekannt? Dazu kann ich nichts sagen. Okay. Nimmt sie Medikamente ein? Frau Gottschalk nimmt Ibuprofen. Okay. Hat sie Verletzungen? Haha, Nasenbluten. Wer weiß, vielleicht hat sie sich geprügelt. Wie alt ist sie denn? Okay. Hm? 86. Äh, 68. Ja, das geht ja. Im Verhältnis zur letzten Aufnahme sind die, glaube ich, heute ein bisschen im Durchschnitt jünger, oder? Speichern wir mal. Ja gut, die Hilfe ist auf dem Weg. Vielen Dank. Tschüss. Gut, das waren schon acht Notrufe innerhalb von, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Wo ist denn hier OBS? OBS sagt 29 Minuten. Schön. Ach ja. Ich werde auf jeden Fall noch so lange spielen, dass wir den KT noch abarbeiten können. Ich zeige mal hier. Der ist mittlerweile sehr schön fertig. Der ist schon an Status 8. Gucken wir nachher gleich. Abarbeiten. Als, gehen wir hier Einsatz beenden. Dann haben wir den ersten nachher gleich schon abgearbeitet. Sehr schön. Was haben wir denn alles? Okay. Hier kam auch noch keine Rückmeldung, ne? Na ja. Die werden zu tun haben. Wir sind noch im Einsatzort. Der ist noch auf Status 8. Hier. Pari. 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 67.12. Das ist das NIF. Hä? Warte mal. Wo ist der Einsatz? Achso, Domsül, ne? Zeig mir den mal bitte auf dem GIS an. Dort. Okay. Also, wie der RTW fährt, ist mir klar. Hier hoch. Aber wie fährt das NEF? Wieso ist das NEF? Auch da. Ich stehe nicht. Das NEF ist am Krankenhaus stationiert. Also hier. Dort. Wieso fährt das nicht auch hier hoch? Richtung Domsül und fährt irgendwo in der Waller Pampa rum. Hm. Wir beobachten das. Wir beobachten das. Den haben wir abarbeitet. Jo. Wie man hier momentan sieht, die ganzen MZFs und KTWs sind außer Dienst. Vorher ist es ja schon spät. Ja. Ich gucke hier mal einmal durch. Da ist ein Fehler. Der Rest sieht, glaube ich, ganz gut aus, ne? Der ist gerade alarmiert, der Hagenauer RTW. Das NEF ist unterwegs. Also wenn der ein NEF braucht, dauert es länger auf jeden Fall. Was macht denn das NEF? Weiß ich nicht. Ich mache mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch, während ich hier durchgucke. Sieht gut aus. Ach, guck mal da. Rufen. Dann rufen wir mal den 351383. 83? 01. Ach, guck mal hier. 35. Der 351383. 01 für die Leitstelle Fisköpflinburg. Neckam. 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 Na. Nochmal rufen. 351383. 01. Ach, komm. Wir haben im falschen Kanal gerufen. Da können Sie uns ja nicht hören, ne? Da. Aufgenommenes Saner-Hanse-Klinikum Wismar. Ja, das haben wir verstanden. Ende. Sehr schön. Dann machen wir mal jetzt die Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch. Gucken mal, wie das NEF fährt. Das NEF fährt scheinbar gar nicht. Was ist denn los hier? Was ist denn los hier? Oh, guck mal. Gleich zwei. Feuerwehr und Rettungsdienst Westmecklenburg. Den werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Achso, halt. Bei Frau Kopp läuft nun seit einiger Zeit der Katheter nicht mehr. Ja, muss das um die Zeit sein? Also, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht. Wo ist mein Einsatz? Da. Ähm, das übernehmen wir. Machen wir so. Da machen wir definitiv ein Katheter raus. Ja. Was ist denn genau passiert? Katheter läuft nicht. Ist bei ihr schon mal aufgetreten. Ja, okay. Ja, das MZF der Wache, Güstrow. Nein. Nein, 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 nein. Vorschlag leeren. Dem war... Ach, blauer. Tut mir leid. Speichern. Und alarmieren wir direkt. Ja, die Hilfe ist auf dem Weg. Wie hieß er? Stach. Stach. Achso, ich habe den Namen von der Patientin. Stach. Patientin hieß wie? Kopp. Speichern wir. Machen wir zu. Siehst du, und wegen sowas ist jetzt wahrscheinlich der andere, der richtige Notfall weg. Oh, ernsthaft? Einsatzabbruch. Hm, entfernen. Entfernen. So. Das macht ja keinen Sinn. Erstmal schön. Also, hier. Nee, das ist Krakow am See. Da, blau am See. Güstrow ist dort. Weißt du, der braucht ja... Der hat ja mindestens eine halbe Stunde Anfahrt. Und... Also, Entschuldigung. Ist nicht mehr mein Kreis. Also, Güstrow gehört nicht mehr zu meinem Kreis. Und müssen sie halt mal her. Aber dass man das nicht tagsüber macht. Warum macht man das abends um halb... Um neun? Es ist ja schon um neun. Warum macht man das? Ich verstehe das nicht. Könnt ihr mir das erklären? Der lief doch bestimmt den ganzen Tag nicht. Oder was? Ich weiß es nicht. Hm. Naja. So. Machen wir die Geschwindigkeit mal wieder hoch, bevor wir uns hier noch weiter aufregen. Da. Sprechwunsch. Wir sind im richtigen Kanal. Und dann rufen wir mal die 45. Ja. Ja, Anton. Das machst du toll. Äh. Die 45 11 83 01. 1 1. Rufen. Den Rufen. Ach, guck mal. Wer hat der denn? Asclepius Clinic Parchim. Hä? Hä? Ähm. Ähm. Ist okay, aber da muss ich noch mal nachgucken. Weil ähm ja Verstanden Ende. Die sind hier. Dort. Ne? Ihr seht's. Das Helios Clinic äh. Das Helios Clinicum Schwerin. Unser Maximalversorger hier in der Nähe. Ist dort. Das heißt vielleicht fünf bis zehn Fahrtminuten. Die fahren jetzt von dort nach da. Warum tun sie das? Das verstehe ich nicht. Ha. Feuerwehr und Rettungsdienstwiss Mecklenburg. Hallo. Meine Oma kann nicht mehr richtig sprechen. Das ist total verwaschen. Ja, wo ist denn genau der Notfallort? Noch ein Schlag. Wo? Jetzt macht ja hier mein Fenster schon wieder nicht auf. Habe ich es vor allem nicht zugemacht. Brunoer Straße. Bruno Straße 26 im Bauherr Kuhl. So. So. Ja. Was ist denn genau passiert? Zehn Kilometer Großkodams. Meine Oma ist plötzlich so ruhig. Das Gesicht ist irgendwie schief und der Mundwinkel hängt runter. Okay. Weiblich Verdacht auf Apoplex. Okay. Ist sie ansprechbar? Äh, ja, ist sie. Wie heißt denn ihre Oma? Leber. Okay. Esse ich auch gerne. Ich weiß, das finden einige eklig, aber ich esse Leber gerne. Und ich stehe dazu. Ist mit der Atmung alles in Ordnung? Sie hat keine Atemnot. Schmerzen? Treten irgendwo Schmerzen auf? Sie hat keine Schmerzen. Vorerkrankungen bei ihrer Oma bekannt. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Sie sind ganz sicher, aber ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. E.V.T.L. Hypogly. Gämie. Wir machen wir aus dem Notfall auch gleich einen Notfall. N.A. Oh. 22 Kilometer. Wie lange bräuchte der nächste? Ist der hier wieso dicht dran? Hm. Das ist der RTW-Brauch. Wir machen es so. Das wollen wir übernehmen. Den entfernen wir und den alarmieren wir. Sorry. Ja gut. Nimmst du Medikamente ein? Ich habe voll das Déjà-vu. Ziemlich viel. Ich kenne die nicht auswendig. Verletzungen? Nein. Wie alt ist sie denn? 80. Ich habe voll das Déjà-vu. Naja. Okay. Die Hilfe ist auf dem Weg. Trennen. Hm. Wird mir alles hier immer noch nicht klar. Ach guck mal. Ich habe hier noch... Müssen wir den hier verwenden, dann rufen wir mal einmal den 47 11 83 01 von der Leitstelle der Westmichel bekommen. Hat bestimmt aufgenommen. Mal gucken, wo er hinfährt. Mediklin Krankenhauskriegitz. Ja, das haben wir verstanden. Ende. Das hier verstehe ich bis jetzt noch nicht. Verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Warum die hier nach hier fahren? Verstehe ich nicht. So, jetzt haben wir hier auch gerade erstmal alles alarmiert. Was ich auch nicht verstehe, warum fährt er... Da ist der Einsatzort. Wo der hinfährt. Der ist jetzt von hier über hier nach dort gefahren. Oder bin ich falsch informiert? Ne, der ist doch... Da ist er mit drin. Verstehe ich nicht. Wie fährt der? Hm. Wegfindung ist da. Sprechwunsch rufen. Das ist der 53 11 83 01 von der Leitstelle Westmichel bekommen. Ne, das klingt... Guck, die... Also, am Krankenhaus kann es nicht liegen. Es ist da. Es ist auf jeden Fall da. Ja, das haben wir verstanden. Daher geht mir jetzt gerade nicht in den Kopf, warum die nach Parchim fahren. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Obwohl, vielleicht muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob man das einstellen kann bei den Krankenhäusern. Maximalversorger und so. Wenn... Wenn das möglich ist, ist es gut. Wenn nicht, müsste ich den Entwicklern, glaube ich, mal... ...einen kleinen Tipp geben. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Weil... Das ist mal die Fachabteilung. Muss ich mal gucken. Kann man das einstellen? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich nachgucken. Warte mal. Wir gucken mal direkt nach. So. Bearbeiten. Äh... Krankenhaus, 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 Krankenhaus. Aktualisieren. Ähm... Wo ist es denn? Bin ich blind? Da. Hier ist Klinik Schwerin. Bearbeiten. Weitere Optionen. Maximalversorgung. Ist drin. Hm. Keine Kranken, Fremdkrankenhaus. Bonus, Malos, auf die Distanz von... Zehn? Macht das Sinn? Zu. Was habe ich hier? Hier habe ich nur... Hm. Zurück. Bonus, Malos. Wenn ich dicht dran bin, soll ich da nicht hinfahren, oder was? Warum ist denn da mit Zehn drin? Das erklärt, warum die... Speichern wir das mal. Ähm... Hier. Chirurgische Intensivstation, Computertomograph. Genau. Ja, ja. Na gut. Okay. Ja, ja. Die Änderungen an der Leitstelle wurden erfolgreich gespeichert. Die Änderungen werden bei einer neuen Sitzung wirksam. Okay. Wir spielen erstmal mit den Anstellungen jetzt weiter. Gut. Läuft hier bei uns, würde ich sagen. Vielleicht jetzt Arbeits. Zehn. Spätestens 21.09. Läuft. Also in Wirklichkeit ist es gleich um acht, aber... Wir spielen ja alles hier ein bisschen schneller. Ich trinke mal in der Zwischenzeit einen Schluck. Ich hoffe, es kommt kein Einsatz dazwischen. Das wäre fies. Okay. Ich verstehe das immer noch nicht. Da fahren die Schweriner-Retter bis nach Parchim. Ja, guck mal da. Rufen. Das ist der 670118301 von der Leitstelle. 670... Rufen. Achso. Stimmt. Der ist ja noch falsch. Null. Rufen. Geschwindigkeit. Pause. Wir machen mal... Das will ich mal nochmal kurz bearbeiten. Rettungsmittel. Funkrufnahme 6711. Aktualisieren wir mal. Bearbeiten. Da. Ist ein Fehler. Speichern. Speichern. Okay. Ja. Okay.